hallo meine lieben freunde hier soll jetzt aus dem bad mit blau zero und wir sind immer noch auf der suche nach diesen fünnischen gewächshaus was die frau gesagt hat aber wir könnten ja noch mal in den text gucken es ist allen 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 war geht hier ich bin ungefähr ein kilometer östlich von deiner position auf einen eisberg okay circa einen kilometer östlich von deiner position war meine position also muss doch hier irgendwo der eisberg sein so Aber wenn wir das hier, das ist Osten ja hier. Muss ja hier irgendwo was sein. Na toll, 10 mal wieder nix, weil wir wieder. Sollte. 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 weil ich sehe da halt nirgendwo gewächshaus oder irgendwie sowas oder allgemein gebäude kilometer ja es ist gut meine fresse ja 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 Ich werde den Bock schon wieder reparieren. Das war echt lang kalt. 2 Minuten. Vielleicht hier hinten. Irgendwo. Aber das ist schon weit aus als 1 km entfernt. Mal abgesehen davon. Ca. 1 km. Mal abgesehen. 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 das sind auf jeden fall haben das sind fast zwei kilometer aber lassen wir es circa ein kilometer von deiner ursprünglichen position entfernt dass ich nicht lacht jetzt müssen wir noch ein bisschen üben hier mit ihr ein kilometer zwei kilometer das sind definitiv mehr als ein kilometer da ist er ok wenn wir uns wieder mit essen zugedeckt eingedeckt und zugedeckt mit essen zugedeckt jetzt ist es mir so wohl ich war sie hat ein geschenk für mich der abschluss rakete oder leise den raketenwerfer nein maschinengewehr ok ok so damn satellite hasn't passed by in a while i guess that was you're doing sam's not the only one in the family who knows knew what to do with vague directions and old wire she was an original that sister of yours first time i met her i was sure she was altera through and through not a priest in her uniform sending those damn bird bots to spy everywhere then she surprised me maybe a little too much meaning if you really want to know there's a pda on the bench that can point you in the right direction you need anything else don't bother me haha but you can help yourself in greenhouse ein thema mache ich gerne in den bildkasten aber 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 und und nebla buen baum ack leben der wand nochmal muss ich da gut als salat aha ich will aber ob sie egal dann haben wir hier noch kartoffeln okay marge old girl we hate this greenhouse so here are some pointers to remember so we never have to do the worst parts again too bad you can't fight malnutrition by hunting it down and killing it so first thing insulation first few nights the soil was rock solid ended up having to insulate the damn place with dehydrated kelp adding a thermal mass help to keep barrels of water probably should have just eaten the damned kelp but no my body was craving a salad wish i was just made of exosuit next grow lights were a must-have gotta admit i felt pretty proud of my first full crop of lettuce fed half of it to preston that snow stalker will eat practically anything always spits half of it out though another thing we have in common the slobbery green mess makes good compost okay i've already synthesized an antidote and stashed it in a cave i can go grab it and that's your plan you don't think it'll work you're thinking too small like maybe if you're polite enough about destroying the bacteria altera will come around and see it your way but do you believe in yourself or not you can look all you want there's more to margarite than any damn fangled gadget can see any of this Das war klar. Oh, cool. Oh, man. Habe ich mal im Boot gelassen. Dahin. Hui. Hallöchen. Ich hätte da was. Fruitsalat, das nicht traditionelllich Involve Leaves. Aber zumindest Es ist nutritiv und warm. Der Salat ist cool. Au. Okay. So. Das können wir ausmachen. Das können wir ausmachen. Das können wir ausmachen. So. Ich bin aber trotzdem noch nicht schlauer geworden. So. 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 Is a bacteria a threat, or isn't it? It is. Does it need to be dealt with or not? It does. So who's right on this? I am. Say it like you mean it. I am. I said, like you mean it, not like you're testifying before a rigged TransGov court. I am. Great. Then what you gotta do is seal off the whole cave. I've got just the stuff. Made it for fishing, but it blew the whole ice shelf halfway to deep space. Vaporized all the fish. Okay. And you gotta hit the lab, too, or there's just no point. Actually, you know what? Let me take care of that one. It'll be fun. Hmm. Okay. Also die Explosion, beziehungsweise das zerstörte Ding. Auf dem da hinten. Äh, Phil Robotik hat die gemacht, also. Das sind die schwebenden Steine. Mal gucken. Vielleicht finden wir da noch irgendwo was. Das ist schon mal gesagt, getan. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber. Mal gleich sehen. Aquariumabteil. Ein Zugkraftmodul. Das ist schon mal. Ich habe keine Ahnung, was das mit der ärgenden Steine. Aber ich habe keine Ahnung. die frage jetzt brauchen wir es wirklich die gerätschaft oder brauchen wir es eher nicht nachbrenner alter was man hier findet ein wo seid ihr mit euren nestern da ist nichts mehr drin wo sind eure nester wo sind eure nester allein schon die mucke ist einfach nur episch hier ach haben wir doch schon man sammelt doch mal was anständig ist das ist der spalt und da will ich nicht hin aber nachbrenner cool wo sind eure nester wo sind eure nester was habt ihr darin versteckt steigen wir mal ein und noch mal wer noch gelacht wenn man dann noch was finden sagen hinten jürgen mhm auf in die tiefe was ist das hab ich die schon gesehen die die von einem Material refrägt. Vielleicht zwischen großen Crystal Formations. Unsere Suche haben wir gut gemacht, aber letztendlich, ich habe keine definitive Begründung über die Worte meiner Menschen. Die Netzwerk, ich hoffe, zu rejoin, kann nicht mehr existieren. Ich kann nicht fühlen. Es könnte ein Millionen Gründe für das. Wie, wenn die Netzwerk eine System-update hat? Sie sind auf Version 2001.4, und Sie sind noch auf Version 14.2. Das würde mich incompatibel werden. Wie würde ich sogar anfangen, zu planen meine Upgrades? Okay. Das ist nicht was ich, schlechtes Beispiel. Sie wissen noch, wie zu Hause kommen? Ja. Also, nicht aufzuhören. Gehen da, sehen Sie für sich was passiert. Sie sind optimistisch, aber es ist nicht unterstützt von Probabilität. Hoffnung ist nicht basiert auf Statistik. Es ist aus dem Weg, für etwas besser. Es gibt ein Buch, die Sam liebte. Hoffnung ist Mensch. Hoffnung ist... Hoffnung ist... Oh, genau. Hoffnung ist die... die Sache mit den Begründungen. Das ist nicht mit einer Föhnung die ich finde in deinem PTA. Es ist ein Buch von einem 19. Jahrhundert. Emily, etwas. Hoffnung ist die Sache mit den Begründungen. das berchtet in der Säule. Und sie singt die Tone, ohne die Wörter. Und sie nie stoppt. Ich versuche, wir können eine Antworten von einem Weg oder der anderen. Ich habe dich wieder geholfen. Hm. Ja, ich bin wieder. Ja, dass dein Viech jetzt von der Tür weg ist, kann ich hier mal gucken. Komm mal, ein Kochfeld. Komm mal, ein Kochfeld. Ne Toilette. Ne Dusche. Cool. A Waschbecken. Komm mal hier. See? алgstrom. In der Säule. Wie war es unsinnützene? See? Was ich wollte, die Temperature. Die Tölle. Die Rottung. Die Meatschaft. Die Töne. DasNS. Das Süße. Honestly, die nachvolle Händellung. Die Reaktion. Wie war es denn? Was? hopefully, und die Nation. Die Töne. Die Töne. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020